Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Omsi, der Omnibus Simulator. Ja, nach langer Zeit kann ich endlich wieder Omsi spielen. Ja, lange Zeit, so circa eine Woche, hihi. Ähm, ja, Omsi war der Meinung, mich nicht spielen zu lassen, und da immer mal so Fehlermeldungen kamen, von wegen, dies geht nicht, das geht nicht, jenes geht nicht. Und, ähm, ja, jetzt funktioniert es dann endlich mal wieder nach gefühlten 100 Mal neu installieren und alles raushauen und alles wieder neu reinschieben. Ja, gut, äh, weiter. Joach, heute sind wir auf der Map Rodenau unterwegs, fahren dann die Linie 64 von Arterstraße zum Nordpark und das Ganze in einem MN Lion City V2. Ja, wie ihr seht, ist er hier schon, ähm, wir stehen auch schon an der Anfangshaltestelle und haben jetzt noch Zeit, das heißt, wir rüsten erst mal unseren Bus auf und, ja, Fahrplan habe ich auch schon angenommen und, ja, sehen wir mal zu, ne. Erstmal den Motor anhauen und dann machen wir das übrigens mal stoppler. So, dann geben wir mal die Linie 046 00 ein. Und dann die Route 01, Route 03, wir schauen, genau, so. So, ihr lieben Leidchen, kommt doch rein, könnt doch rauskugeln. Einmal die Kurzstrecke, bitteschön, hallo, hallo, wo? Ja, die Anzeigen dürften auch dabei sein, aber ich bin mir jetzt gerade nicht zu sicher. Ähm, wir werden es sehen. Ich soll mal den Gang anlegen. Ja, dann machen wir noch ein bisschen Heizung an. Ähm. Oh, das scheint es schon mal gewesen zu sein. Hm. So, gut. Oh, sichern. the church. Die. Oh. Da, da, da. Die. tempting. Aaaht. Zum theo. athletischYEARcH. ở Sendung. Das ist das Concept nourrk've. Ja gut, ähm, wir haben noch 0,6, 5, ja, so, Hedge gemeint. Das war aber die Handbremse lösen, dann fahren wir es auch los. Nächste Haltestelle, Glen unter den Eichen. Das war die Handbremse lösen. Eine Karte für eine Kurzstrecke bitte. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag geht. Eine Fahrkarte bitte. Joke da. Joke da. Nächste Haltestelle. Kleinkirche. Ja, jetzt weiß ich nicht, wo ich langfahren muss. Ich habe das. Nicht, ich bin groß, mit einem Müller. Ich bin groß. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nächste Haltestelle, Glen Freidorfer Weg Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nächste Haltestelle, im Hasengraben Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nächste Haltestelle, Gier Bahnhof Nächste Haltestelle, Gier Bahnhof, 2020 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 Nächste Halterstelle, Gear Marktplatz. Hallo. 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 Achso, du würdest eine Vorstellung. Mensch, Mensch, Mensch. Schlimm, schlimm, schlimm. Nächste Halterstelle, Läufenhof. 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 Läuenhof. All셨. Läuenhof. Läufenhof. Läuenhof. Vielen Dank. Ich weiß nicht, dass ich in den Leiden der Ebene ein bisschen finde, sind die Schmiede. Ich weiß nicht, dass wir die zwischen 2. Schrauben sind. Da wird man auch was im Spiegel sehen. Nächste Halterstelle, Odenau-Südstadt. Odenau-Südstadt. Jawohl, jawohl, jawohl. So soll es sein. Da möchte ich nicht aussteigen. Die Sturm Nordport muss man heute abends. Rotenau-Flughafen. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, bin ich überhaupt schon mal in Rotenau gefahren? Ich weiß das gar nicht. Ich hatte wohl schon mal installiert gehabt, aber auch nicht da drauf. Es gibt so viele schöne Bremsen. Ich weiß nicht. Warum klingt das wohl jetzt? Aber ein Vorbild ist es schon vorher. Aber jetzt nicht einschlafen, ne? Oh Lose 2 Euler Guten Morgen. Guten Morgen. Nächste Halterstelle, Weingartstraße. Nächste Halterstelle, Weingartstraße. Nächste Halterstelle, Weingartstraße. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Jo, komm sie rein, ausgucken. Eine Tageskarte, bitte. Ja, Specki, Christia, deine Karte. Bitte schön. Morgen. Morgen. Das ist gut. Nächste Halterstelle, Lindenplatz. Omsi, weil es geht, ne? Aber ich finde Omsi in der Hinsicht besser wie Citybus Simulator 2. Ja gut, man kann einen Abstrich machen, zwecks Aussehen von der Web und so weiter. Aber die Busse lassen sich viel besser um die Kurve fahren hier in Omsi, wie bei Citybus Simulator 2. Hallo. Hallo. Und zweitens mit den Spiegelfunktionen hier ist auch viel besser geregelt. Kann ja nur packen. Und ja. Mensch, was mache ich denn? Da bin ich noch. Ja, das ist sicher halt ein bisschen besser geregelt. Nächste Halterstelle, Berliner Straße. Bei Citybus Simulator 2 muss man ja immer auf diese Tasten drücken, um in den Spiegel zu gucken. Da kann man sieht. Hier dreh ich halt mit der Maus. Oder man geht halt auf Inn-Ansichten durchschalten. Aber ich mache es lieber so mit der Maus. Weil das ist ja so zu doof mit dem Militär schalten. Das ist ja natürlich. Das hier natürlich an der Maus vielleicht besser kommen würde, wenn man höher sitzen würde. Und das man die Spiegel besser einziehen kann. Und das man die Spiegel besser einziehen kann. Und das man hier vertreiben kann. Und das man hier vertreiben kann. Juuu. Jetzt haben wir jetzt auf der Walden Straße. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Noch leer? Ja. Ja. Got a�� Seth. Du bist hier gerade gerade auf der Walden. Sonst nicht auf der Walden? Nee. Es geht um das Schupp. Es steht's doch gerade aus. Ich bin hier nämlich schon nicht aufgeweicht. Ich hab hier nämlich schon aufgereicht. Ja. Nächste Haltestelle, Eichendorffstraße. Die Verspätung ist natürlich nicht so das Wache, aber was will man machen, nicht? Das ist die Eichendorffstraße. 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 Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ouh, 3-2! Oh, der Trüble-Ti! Mann! Schöpfer's besser! Was ist denn auf? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017